Ja, morgen startet die Tue durch die Sende mit der Ausgabe 1. Liebe Mitglieder, wir 2020 und die Basis und falls doch zufällig es tatsächlich die Bewegung Blau noch geben sollte und die Föderalen noch geben sollte, auch alle Neuparteimitglieder herzlich eingeladen. Es sind bis jetzt, haben zugesagt, drei Mitglieder von WIR 2020. Von die Basis fehlen noch ein paar Mitglieder, bitteschön, auch noch jemand melden. Aber auch von WIR 2020 sind noch weitere Mitglieder willkommen. Morgen, das ist eine Zoom-Konferenz, bei der kann man aber auch per Telefon teilnehmen. Einfach jetzt sofort aufrufen, nextscientistsforfuture.de. Also hier, ich zeige das gerade mal. Ja, wo ist es denn? Ich glaube, Sie können das jetzt gar nicht sehen. Doch, World Council of Wise People, aber wie man das schreibt, könnt ihr jetzt gar nicht sehen. Doch, vielleicht bei Kontakt. Das Einfachste ist hier einfach eintippen. Wo ist es hier? Jetzt kann man es, glaube ich, sehen. Ich mache es ein bisschen größer noch. Jetzt bin ich, glaube ich, zu groß. Jetzt habe ich, glaube ich, irgendeinen Bock mit es gemacht. Also jetzt, ich wollte die Telefonnummer. Na, da ist es doch. Telefonnummer haben wir einmal. Hier, Telefonnummer. Und das ist die Homepage nexts4f.de. Und hier die Telefonnummer. Einfach anrufen, kurz plaudern und dann morgen dabei sein in der Talkshow. Ja, also wie gesagt, Moderation steht fest mit Redenzeituhr, damit es nicht zugeht wie bei Trump und Biden in der ersten Runde. Sondern, dass es ein bisschen gesitterter zugeht. Und wir haben vorgestellt werden, die als externe Reformer, also die Gemeinwohlökonomie. Ich kann wieder zurück, glaube ich. Also vorgestellt werden, als externe Reformer, die Gemeinwohlökonomie, bedingungsloses Grundeinkommen. Wollen wir das wirklich in Deutschland demnächst haben? Weiter wird vorgestellt, Economy for Mankind. Lösungen.jetzt. Und das Reformprogramm der Next Scientist for Future. Alle anderen Reformentwickler. Herzlich eingeladen. Einfach anrufen und plaudern und vielleicht dann morgen vorbeikommen. Natürlich alles, was total abwegig ist, können wir natürlich nicht in die Sendung reinlassen. Aber sozusagen alles, was auch nur ein bisschen Hand und Fuß hat, ist herzlich willkommen. Das ist eine Zoom-Sendung, aber man kann auch durch Telefon dabei sein, so oder so. Und im Zweifelsfall kann man Leute durch Telefonkonferenz dazuschalten, sodass die dann über Mikrofon in Zoom hinein sozusagen übertragen werden können. Und jeweils dann für kurze Beiträge, die da mit sozusagen, ja, die Parteimitglieder, ja, die stellen natürlich in erster Linie Fragen. Wie sehen denn diese Reform, wie würden dann die entsprechenden Parteiprogrammspunkte aussehen und so weiter. Und ja, also, das war es eigentlich schon. Also nochmal ganz kurz. Hier war das mit der Homepage, nexts4f.de, Telefonnummer hier, anrufen, World Council of Wise People, direkt anrufen, heute oder morgen Vormittag. Und um, aber alles muss erledigt sein, circa Viertel vor 11, 10.45 Uhr müssen alle Anmeldungen durchgesprochen sein und alles erledigt sein. Weil dann müssen wir uns auf die Sendung vorbereiten, wobei wir ja auch nur zu Gast sind auf einem Sender, aber da geht es dann los. Ja, also liebe Leute, sofort ran ans Telefon, ran. Telefon ist heute noch besetzt, bis 23 Uhr etwa. Also nichts wie los. Und los geht's. Bis später. Und los geht's.